Der Friede und die Freude Gottes sind mein, entnehmen wir aus der Lektion 105. Und jede Lektion hat uns ein wunderbares Geschenk, nämlich Liebe und Freude. Und es ist schön zu sagen, der Friede und die Freude Gottes sind mein. Jedoch wie erreiche ich es? Wie finde ich es? Wo finde ich es? Wann finde ich es? Und das wird in dieser Lektion deutlich dargestellt und in der Kurzfassung, indem du es gibst. Indem du gibst. Einfach nur geben. Und wenn ich dieses Geben zurückhalte, dann bin ich in Depressionen, in Angst, in Mangel, in Sorgen und Konflikten. Es ist so hilfreich, unser Geben nochmals auf eine neue Art und Weise zu betrachten und uns, du kannst durch diese Lektion, in der Anwendung zum reichsten Menschen der Welt werden. Der Friede und die Freude Gottes sind dein. Heute wollen wir sie annehmen in der Erkenntnis, dass sie uns gehören. Und wir wollen zu verstehen suchen, dass diese Gaben sich vermehren, indem wir sie empfangen. Sie sind nicht wie die Gaben, die die Welt zu geben hat, bei denen der Schenkende verliert, wenn er die Gabe gibt und der Empfänger reicher wird durch den Verlust des Anderen. Das sind nicht die Gaben, sondern ein mit der Schuld abgeschlossener Handel. Die wahrheitsgemäß gegebene Gabe zieht keinen Verlust nach sich. Es ist unmöglich, dass jemand gewinnen könnte, weil ein anderer verliert. Das setzt eine Begrenzung und einen Mangel voraus. Ich habe gestern Abend einen Quantum Shift angeboten und dort wurde mir die Frage gestellt, zum Beispiel, ich muss ja am nächsten Monat noch die Miete bezahlen. Ja. Und hier wird uns deutlich dargestellt, wenn du die Miete bezahlst im Mangel und in der Idee, was ich gebe, verliere ich. Dann hast du ständig Stress mit deinen Finanzen, dann hast du ständig Stress zu empfangen. Ich hatte vor kurzem einen Traum. In diesem Traum, der hat mich ziemlich bewegt und einiges gerade gerückt, in meinem Geist und in meinem Denken. In diesem Traum habe ich jemandem etwas geschenkt, ein Geldgeschenk. Und diese Person war an dem Punkt so, dass sie dieses Geld nicht annehmen wollte. Und dieses Geldgeschenk kam von mir aus freiem Herzen. Und ich habe ihr gesagt, bitte nimm es. Erst indem du es nimmst. Erst indem ich es dir geben kann. Ist es mein. Erst wenn ich es dir in freien Stücken geben kann, ist es mein. Denn dann habe ich nichts verloren. Alles ist in meinem Geist. Aber wenn ich irgendetwas in dem Gedanken des Verlustes gebe, habe ich es tatsächlich verloren. In meinem Geist. Wenn ich meinen Geist in Großzügigkeit öffne, dann wird alle meine Gaben, auch Geld ist eine geistige Gabe, wenn ich sie richtig betrachte, dann werden alle meine Gaben von Frieden und von Freuden gekrönt. Im Kurt, Gott sitzt nicht da und überlegt sich, ah ja, hier hast du dieses gegeben, hier hast du jenes gegeben. Ah ja, vielleicht willst du ja etwas anderes. Ja, vielleicht willst du ja etwas anderes zurück. Das Gesetz der Schöpfung beinhaltet, dass du genau das, was du gibst, empfängst. Und wenn du natürlich Verlust und Mangel gibst, musst du es empfangen. Das ist offensichtlich. Und wenn du etwas gibst in dem Glauben, dass du es dadurch nicht mehr bei dir hast, musst du es verlieren. Und so können wir diese Gesetzmäßigkeit richtig betrachtet auf allen Ebenen anwenden. Es ist unmöglich, dass jemand gewinnen könnte, weil ein anderer verliert. Das setzt eine Begrenzung und einen Mangel voraus. Keine Gabe wird zugegeben. Solche Gaben sind nur der Einsatz für einen wertvolleren Gewinn. Ein Darlehen mit Zinsen, das voll zu bezahlen ist, eine vorübergehende Leihgabe als Pfand für eine Schuld gemeint, die höher zurückzuzahlen ist als das, was er bekam, der die Gabe entgegen nahm. Diese merkwürdige Verzerrung dessen, was geben bedeutet, durchdringt alle Ebenen der Welt, die du siehst. Sie nimmt den Gaben, die du gibst, jegliche Bedeutung und lässt dir nichts in denen, die du entgegennimmst. Dann sind unsere Gaben einfach nur völlig wertlos. Es ist eine leere Gabe. Wenn wir noch irgendetwas erwarten, ist es eine leere Gabe. Ich komme mit so vielen Menschen in Berührung. Oh, ich gebe so viel, ich gebe so viel, aber ich bekomme nichts zurück. Und ich habe, vor allen Dingen kommt noch die Aussage, ich habe Schwierigkeiten zu empfangen. Wenn du Schwierigkeiten zu empfangen hast, dann gibst du nicht. Es ist eine leere Geste, völlig leere Geste. Und du weißt das ganz genau, wenn du mir hier zuhörst, du gibst nicht, denn du schließt einen Handel ab. Unbewusst schließt du einen Handel ab. Derjenige, der aus freiem und offenem Herzen gibt, egal was, der ist reich und der weiß, dass er in jedem Augenblick empfängt. Mein Geben ist mein Empfangen. Das, was ich gebe, empfange ich unmittelbar. Es braucht keine Zeit. Das, was ich in Liebe gebe, empfange ich unmittelbar. Es braucht keine Zeit. Es ist unmittelbar vorhanden. Ohne Zeit. Ohne Raum. Und in der heutigen Lektion wird uns gesagt, ein wichtiges Lernziel dieses Kurses ist es, unsere Sichtweise des Gebens umzukehren, damit wir empfangen können. Denn das Geben ist zu einer Quelle der Angst geworden und so wurdest du das einzige Mittel meiden, durch das du empfangen kannst. Wir empfangen das einzige Mittel, durch das wir empfangen können, weil unser Geben absolut pervertiert ist. Was du gibst, bekommst du. Gib und dir wird gegeben. Und wenn wir uns diesem Geben und dir wird gegeben wirklich öffnen, wirklich auf eine, du brauchst ein neues Denken hierzu, es kann nicht genügend vorenthalten werden, dann werden wir nie mehr Mangel leiden können. Wir werden nie mehr Armut erfahren. Und das Bezahlen der Miete wird zu einer Freude, zu einem Freudenfest. Denn das, was ich gebe, empfange ich in Freude. Man kann auch sagen, was ich denke, sehe ich. Was ich sehe, erlebe ich. Und was ich erlebe, denke ich. Ganz einfach zusammengefasst. Und du siehst, du bist herausgefordert, in dieser Lektion, natürlich wie in jeder Lektion, etwas Grundlegendes auf den Kopf zu stellen. Denn das Ego hat alles auf den Kopf gestellt, um uns die Freuden des Gebens zu entziehen. Wir kennen zum Beispiel, wir kennen diese Gesetzmäßigkeit des Gebens. Jeder von uns kennt das. Wir wissen, dass unsere leere Liebe gestärkt wird und nicht geschwächt wird, wenn wir Liebe geben und sie empfangen. Geteilte Liebe ist große Freude. Empfangene Liebe ist viel reicher als unerkannte Liebe. Oder auch zum Beispiel die Freude eines Kindes über ein Spielzeug oder ein Haustier trägt sicherlich zur Freude des Kindes und dir selbst bei. Und die sind nur kleine Widerspiegelungen dessen, wie die Gaben Gottes funktionieren. Und wir sind ein Teil davon. Und diese Art des Gebens, das Geben von Dingen, die sich durch das Verschenken vermehren, ist die Art und Weise, wie wir erschaffen. Das ist wahre Schöpfung. Und wie wir uns vervollständigen. Und die heutige Lektion bereitet uns natürlich darauf vor, Frieden und Freude zu empfangen. Und die Vorbereitung besteht darin, Friede und Freude bewusst an diejenigen zu verschenken, denen wir sie in der Vergangenheit verweigert haben. Unseren Feinden, unseren Arschengeln, von denjenigen, die uns verletzt haben, oder wo wir selbst noch die Idee haben, dass wir sie verletzt haben und so weiter. Und diejenigen Menschen, die es in unseren Augen nicht verdient haben, Friede und Freude zu empfangen. Hast du jemanden in deinem Denken, von dem du glaubst, er hat es nicht verdient, Friede und Freude zu empfangen? Welch wunderbarer Lehrer. Merkst du es? Dem gönne ich es nicht. Dem gönne ich nicht, dass er Friede und Freude empfängt. Der hat mich so sehr verletzt. Der soll im Höllenfeuer schmoren oder was auch immer. Und genau dies ist dein größter Lehrer. Und wir erkannten ihn nicht als Lehrer, weil wir uns der Liebe verweigerten, indem wir ihnen die Gabe der Schöpfung verweigerten. Wenn das, was wir geben, in uns zunimmt, dann halten wir es auch uns selbst vor, wenn wir es vorenthalten. Wenn das, was wir geben, in uns zunimmt, dann halten wir es auch uns selbst vor, wenn wir es uns vorenthalten. Hey, ich enthalte es mir selbst vor, wenn ich den Frieden und die Liebe und die Freude die Freude in allem geben vorenthalte. Und so kannst du deutlich erkennen, wie Freude und Liebe zu dir kommt. Und wenn du jetzt gerade dich in einer hoffnungslosen Situation befindest, von der du glaubst, dass es hier keinen Ausweg gibt, dann setze dich an den Tisch, lade den Heiligen Geist ein, wie zu deinem besten Freund, mit dem du einen Tee oder einen Kaffee trinkst, ein Stück Kuchen isst oder was auch immer. Lade ihn ein und erzähle ihm deine Geschichte. Erzähle ihm, warum du jetzt traurig bist. Erzähle ihm deine Einsamkeit. Erzähle ihm deinen Schmerz. Erzähle ihm deine Sorgen. ihm kannst du alles anvertrauen, deine ganze Hoffnungslosigkeit. Ihm kannst du dein Herz ausschütten. Das bedeutet letztendlich, kannst du ihm all das ausschütten, was dich so sehr belastet. Sprich es ruhig aus. Das macht überhaupt nichts. Ansonsten lädst du ja das Ego ein und besprichst mit ihm alles. Und genauso gut kannst du den Heiligen Geist, also dein hohes geistiges Selbst, einladen und einfach mit ihm über diese Situation sprechen. Und um wirklich zu sagen und zu erfahren, dass Gottes Frieden und Freude mein sind, müssen wir unsere Herzen öffnen. um Frieden und Freude mit der Welt zu teilen. Wenn wir unser Herz diesbezüglich nicht öffnen können, weil es noch so sehr belastet ist von Altlasten, dann verweigern wir uns selbst dem Frieden und der Freude. Und alles beginnt mit der Person, die mein Herz verschlossen hat. Und ich sage ihm heute, mein Bruder, ich biete dir Friede und Freude an. Und wenn ich mein Herz hierbei öffne, um Liebe herausfließen zu lassen, wird sie auch hineinfließen. Du kannst es dir wirklich vorstellen, bei der Anwendung der Lektion, wie du dein Herz öffnest, dein inneres Herz, wie du es öffnest, die Liebe herausfließt und gleichzeitig bemerkst, wie sie hineinfließt. Und je mehr hinausfließt, desto mehr fließt hinein. Und je mehr hineinfließt, desto mehr fließt hinaus, bis du nur noch Liebe bist. Du erschaffst dadurch einen Kreislauf der Liebe. Und wenn wir unser Herz öffnen und diese Liebe hinaus und hineinfließen lassen, dann übernehmen wir unsere wahre Aufgabe, unsere wahre Funktion. Wir erfüllen uns selbst. Wir füllen uns selbst mit Liebe auf. Unseren Geist mit Liebe auf. Und so wird jede Person, die uns zutiefst verletzt hat und von der wir glauben, dass wir ihr überhaupt nichts wünschen, außer den Untergang, so wird genau diese Person heute zu unserem Lehrer der Liebe. Wir schauen auf die Person und wissen ganz genau, dass wir uns getäuscht haben. Und wir wollen nur noch eines, mit ihm in Liebe sein. Und das, was ich gerade jetzt gesagt habe, dass in diese Erfahrung kommst du nicht durch Nachdenken. Denke nicht mehr nach. Nachdenken heißt, die Vergangenheit wieder wahrzumachen und deine aus der Vergangenheit auf deiner Vergangenheit beruhenden Erfahrungen wieder hervorzuholen. Denke nicht mehr darüber nach, was hier gesagt wird. Denke nicht mehr darüber nach, was in dieser Lektion steht. Also denke nicht in der Form darüber nach, ob es funktionieren kann, sondern geh wirklich in die Praxis. Und du wirst einen solchen Seelenfrieden erfahren und eine solche Freude in dir finden, dass du keine Worte mehr hierfür hast. Und geben, ich wiederhole nochmal diesen dritten Abschnitt, ein wichtiges Lernziel dieses Kurses, besteht darin, deine Sicht des Gebens umzukehren, damit du empfangen kannst. Denn geben ist zu einer Quelle der Angst geworden und dadurch vermeidest du das einzige Mittel, durch welches du empfangen kannst. Dimm Gottes Frieden und Freude an und du wirst eine andere Art erlernen, Gaben zu betrachten. Die Gaben Gottes werden niemals weniger, wenn sie weggegeben werden. Sie vermehren sich dadurch nur. Wie der Friede und die Freude des Himmels größer werden, wenn du sie als Gottes Gaben an dich akzeptierst, so wächst die Freude deines Schöpfers, wenn du seine Freude und seinen Frieden als die deinen annimmst. Wahres Geben ist Schöpfung. Und ich werde ja auch immer wieder gefragt, da wir ja alle Schöpfer sind, kann ich ja jetzt erschaffen, was ich will. Und ich muss das nur mental genügend üben und dann wird dann irgendetwas erscheinen. Du willst wissen, wie du Schöpfer bist. Wahres Geben ist Schöpfung. Und hier sprechen wir nicht vom leeren und einfallslosen Geben, sondern vom wahren Geben. Dein wahres Geben wird alles vermehren. Sei großzügig in deinen Gaben. Erwecke den Kreislauf der Liebe in deinem inneren Herzen. Fühle diesen Strom der Liebe. Fühle diesen Gottesstrom, der durch dich hindurch fließt. Öffne deinen Geist hierfür und du wirst nie mehr mangeln. Und dann wirst du wissen, was Schöpfung bedeutet, aber doch nicht durch ein begrenztes Denken, wie du mehr hervorbringen kannst, was du noch nicht hast. In dir ist alles. Du musst nur diesen unermesslichen Strom der Liebe aktivieren, möchte ich sagen. In Bewegung bringen. Denn solange dieser Liebestrom nicht in Bewegung ist, stagnieren wir. Wir befinden uns im Stillstand und wissen nicht, warum wir Mangel erfahren. Wir sind doch so toll. Wir waren doch so gute Menschen und trotzdem keiner sieht es. Ja, diese Story kenne ich bei mir auch. Diese Story wollen wir beenden. Wahres Geben ist Schöpfung. Es dehnt das Grenzenlose zum Unbegrenzen auf, die Ewigkeit zur Zeitlosigkeit und die Liebe zu sich selbst. Es fügt allem, was bereits vollständig ist, etwas hinzu. Nicht im bloßen Sinne des Vermehrens, denn das setzt voraus, dass es vorher weniger war. Es fügt etwas hinzu, indem es das, was überfließen will, sein Ziel erreichen lässt, alles, was es hat, wegzugeben und es so auf immer da für sich zu sichern. Ah ja, was habe ich denn wirklich? Was besitze ich? Das wurde gestern schon angesprochen. Besitze ich Geld? Besitze ich ein Haus? Besitze ich ein Auto? Besitze ich einen Körper? Besitze ich ein Fahrrad? Besitze ich... Nein, das alles besitzt du nicht. Doch, ich habe einen Vertrag. Schau hin. Das ist nicht dein Besitz. Das ist Peripherie, die du irgendwann sowieso aufgibst. Das ist bedeutungsloses Zeugs, nutzloses Geschwurbel und es hat keine Bedeutung. Es ist einfach nur maßloses, niederschwingendes Geschwätz, an das wir uns binden, weil wir daran glauben. Nichts davon besitzt du. Was besitzt du wirklich? Die Liebe Gottes und den Frieden Gottes, die Freude Gottes und nur diese wollen wir mehren und dann wirst du wahrlich erkennen, was du besitzt und was in dir ist, was inhärent heute und für immer da in dir angelegt ist. Nimm heute Gottes Frieden und Freude als die Deinen an. Lass ihn sich vervollständigen, wie er Vollständigkeit diviniert. Du wirst verstehen, Du wirst verstehen, dass das, was ihn vollständig macht, auch seinen Sohn vollständig macht. Er kann nicht geben durch Verlust. Das kannst auch du nicht. Empfange heute seine Gaben der Freude und des Friedens und er wird dir für deine Gaben an ihn danken. Ich lade dich noch einmal ein, an irgendjemanden zu denken, an irgendeine Person, die dich verletzt hat, von der du glaubst, dass sie den Frieden nicht verdient hat oder mit dem du noch im Konflikt bist, weil er dich verlassen hat oder weil sie dich betrogen hat, weil du missbraucht wurdest, weil du verletzt wurdest. Denke an diese Person. Schau sie dir ganz genau an, wenn du willst und kannst und versuche, dadurch nur in Verbindung zu treten. Du trittst mit dieser Person in Verbindung. Und schon alleine durch diesen Akt bewegt sich etwas in dir. Hey, da ist ja Verbindung, die ich in meiner, in meiner Verletzung nicht erkannt habe. Okay. Und in dieser Verbindung sprich mir bitte die folgenden Worte nach. Fühle diese Worte und gib alle Widerstände auf. Gib dich nur den Worten hin und dieser Verbindung. Mein Bruder, Frieden und Freude biete ich dir an, damit ich Gottes Frieden und Freude als die meinen haben möge. Und jetzt genieße diese Verbindung, genieße genieße diesen Liebeskreislauf, der euch verbindet. Genieße den Frieden, der damit einhergeht. und staune, wie leicht diese alten Mauer der Schuld und Scham und Verletzung nun dahinschmilzt. idi zu Hause. Ich 3, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 0, 0. mujahe, Vielen Dank.